So, schönen guten Tag. Hallo. Peter Waldschmidt, Wildwechsel. Ich habe hier den Moritz Herrmann im Spontaninterview. Aber Moritz heißt eigentlich gar nicht Moritz, sondern Moritz hat natürlich, wie sich das gehört, einen originellen Künstlernamen, den ich im Vorgespräch erst mal falsch ausgesprochen habe. Bevor ich es jetzt noch mal falsch sage, unter welchem Namen vermarktest du dich und deine Kunst? Ein bisschen zurück, damit man hinterher mehr von dir sieht. Jawohl. Ja, also als Künstler nenne ich mich Mo und mache da so das, was man als mehr oder weniger Songwriter halt eben so macht. Irgendwie ruhige Gitarrenmusik mit Gesang dabei, mal textlich mehr so traurig. Und das versucht man damit, der etwas... Du siehst da gar nicht so traurig aus. Du hast da so ein verschmitztes Lächeln wie... Genau wie bei mir, ne? Auch so auf einer Seite ein bisschen hoch. Ja, genau. Das ist so. Kommt, kommt. Ja, genau. Aber ja, das mache ich. Ich hatte meinen Musikfachmann hier, den Matthias da mal reinhören lassen. Der hatte gesagt, du machst Folkmusik. Was er mir aber jetzt nicht gesagt hat, ist das Englisch oder Deutsch? Englisch. Englischsprach. Englisch? Genau. Und warum singst du auf Englisch? Also erstens, weil ich finde, dass so für die Art der Musik Deutsch so ein bisschen zu sperrig ist. Ich finde, es ist eine sehr eckige Sprache und eine sehr, ja, so kantig-eckig. Das liegt mir auch nicht so. Ich kann auch nicht so wirklich auf Deutsch Texte schreiben, ohne dass es halt super kitschig wird. Und dann kann ich es auf Englisch eben genauso kitschig, aber das fällt dann nicht so auf. Und es ist ein bisschen weicher vom Ductus her. Irgendwie ist es ein bisschen schöner, griffiger, finde ich. Ja, du siehst ja noch relativ jung aus. Aber gleichzeitig bist du schon seit ein paar Jahren unterwegs. Ja, genau. Wie alt bist du denn? 26 bin ich. 26? Das heißt, ich habe hier in meinen Notizen stehen, dass du seit 2015 schon durch Deutschland tourst. Wo warst du denn da überall schon, wenn du sagst, durch Deutschland bis ins Nachbarnest gekommen oder schon wirklich von einer Ecke bis zur anderen gekommen? Nee, schon von der einen Ecke bis zur anderen. Auch mit, ich sage mal, ausgedehnten Touren einmal so komplett durchs ganze Land durch. Und ja, von, keine Ahnung, Rostock bis München war schon alles dabei. Und von Köln bis Chemnitz. Welche Größenordnung spielst du da so? Besuchermäßig? Also ganz unterschiedlich. Mal sind es kleine Kneipen, Café-Konzerte mit 30, 40 Leuten. Mal ein Club-Konzert mit 100, 150 Leuten. Mal auf einem Festival, wo noch dann deutlich mehr sind. Genau, mal diesmal das, wie es sich so ergibt und was so passt. Und wenn du da tourst, bist du dann allein unterwegs? Machst du da dein eigenes Ding? Oder gibt es ja auch Projekte, wo so zwei, drei Singer-Songwriter zusammen unterwegs sind und ja, auftreten? Genau, also gerade so auf diesen etwas längeren Touren haben wir eigentlich immer uns zu zweit zusammengeschlossen mit einem anderen Songwriter-Kumpel von mir zusammen, mit Joschka Brings. Da habe ich sehr viele Touren mit dem zusammengefahren. Das war dann irgendwie ganz schön, weil man irgendwie sich den Abend teilen konnte. Also wir haben dann irgendwie 50-50 gemacht. Die erste Hälfte hat er gespielt und ich habe ihn begleitet. Und dann zweite Hälfte habe ich gespielt und er hat mich begleitet. Das war dann irgendwie so ein ganz rundes Konzept. Das haben wir unsere Doppeldate-Konzerte genannt. Und das war irgendwie immer ganz, ganz, ganz schön. Und man hatte irgendwie ein bisschen Vielfalt im Programm und man hatte so einen bunten Abend, den man den Leuten... Ja, bunter Abend klingt irgendwie so ein bisschen nach... Bunter Abend klingt ja nach ganz viel guter Laune und bunter Abend. Das war nicht ehrlich. Warte mal. Das klingt ja so, als wenn du mal bei uns auftreten könntest, hier im Livestream vielleicht hinterher. Da ist es so, dass ich dann immer hinterher so am Ende ein bisschen für Stimmung sorge. Indem ich passend zum bunten Abend Konfetti streue. Aber wenn du sagst, du singst traurige Lieder... Warum singst du denn so traurige Lieder? Ist dein Leben so traurig? Nee, tatsächlich nicht. Aber tatsächlich schreibe eigentlich nur... Also wenn ich Songs schreibe, ist das so, wie andere vielleicht ein Tagebuch schreiben. Und da verpacke ich eben so die Sachen, die mich halt bewegen. Und wenn ich halt gute Laune habe, schreibe ich keine Songs, sondern kriege irgendwie meine Unix, mein Unikram hin oder meine Steuererklärung oder so. Und wenn ich halt schlechte... Wenn du gute Laune hast, machst du deine Steuererklärung. Damit die dann gleich wieder versaut ist. Das ist die beste Feuer. Nee, aber so, keine Ahnung. Negative Energie, die da ist, wenn man irgendwie schlechte Laune hat, nutze ich dann, um die irgendwie in Songs zu verpacken oder irgendwie anders zu sein. Und wenn es irgendwie, wenn es mir gut geht, dann ist es eher so... Um sie dabei, sie einzupacken und dann auch nicht schlecht. Ich habe gehört, du hast... Oder man hat mir erzählt... Du hast früher mal in einer Metalband gespielt? Ja, tatsächlich. Ich habe bis... Also tatsächlich gibt es die jetzt inzwischen auch wieder, aber jetzt nicht so als Liveband, sondern wir haben nur was aufgenommen. Aber so von 2016, 17 bis letztes Jahr habe ich in einer Metalcore-Band Bass gespielt und so Background-Gesang gemacht. Unter anderem auch mit dem Joschka zusammen, mit dem ich auch Songwriter misste. Metalcore. Das ist aber echt ein Umstieg. Von Metalcore auf... Ja, also das ist ja gar kein Umstieg. Das lief ja so parallel. Das ist das, was ich auch an Musik irgendwie mag und höre. Also einerseits das ganz ruhige, ganz zerbrechliche, traurige und dann das ganz laute Traurige, was man irgendwie beides dann so hat. Magst du ein bisschen was zu deinen Einflüssen erzählen? Also ich habe ja schon gesehen, dass du sowohl neue wie alte Songwriter so zu deinen Einflüssen zählst. Ja, schon. Also ganz grundlegend angefangen, so 2015 hatte es damit, dass ich halt... Ja, so ganz... Naja, so die allerersten Songs habe ich geschrieben, weil ich so sein wollte, wie mein damaliges Idol... Das war Joshua Raiden, so ein amerikanischer... Der nennt seine Musikrichtung so Whisperrock, der auch so viel beeinflusst war von Simon & Garfunkel und sowas. Und das waren so meine allerersten Sachen. Dann auch aber so Bands wie Biffy Clyro und Augustine, so wo ich meine Melodien eigentlich immer so ein bisschen daran anlehne. So das ist so melodische Rockmusik irgendwie. Und das hat sich so in den Jahren so ein bisschen verändert hin zu den etwas folkigeren Sachen, so wie Tallest Man on Earth, der halt ja sehr folkartig, folkig, folkig spielt, keine Ahnung. Sondern das Zitarenspieler-Ding, die da so sehr... Also du machst nicht so... Du machst jetzt nicht so diesen Mit-Klatsch-Anprost-Folk oder bist du auch schon in Irish-Folk-Clubs aufgetreten und hast da die Leute dazu gebracht, dass sie auf den Tisch getanzt haben. Genau, weil das ist es nämlich nicht. Es ist jetzt nicht so dieses Kneipenschlägerei-Folk-Ding, sondern so echt so dieses... Ein Typ mit Gitarre will irgendwie den Leuten seine Emotionen überstülpen. Das ist so das Ding. Deswegen so in so Irish-Pubs bin ich gar nicht so zu Hause. Musikalisch, das ist... Bei dir kommen die Leute eher hinterher dann vielleicht so und sagen, Mensch, das hat mir so aus der Seele gesprochen. Ja, genau. Also im besten Fall natürlich. Ja, du, Melancholie ist ja nicht immer schlecht, gerade wenn einem irgendwas auf den Keks geht. Das kann ja auch ein positives Ventil sein. Und so habe ich das auch verstanden, dass du das dann so einsetzt. Wie sieht denn das bei dir jetzt so beim kommerziellen Erfolg aus? Kann man von dir auch schon Scheiben kaufen? Oder irgendwie... Also sagt man heute eigentlich noch Scheiben? Oder LP? Was sagt man denn eigentlich im digitalen Zeitalter? Ist ein Longplayer, ist das dann, wenn er lang ist? Und wenn er kurz ist, ist es eine EP wie dein aktuelles Werk? Genau, so hast du halt ein Album und eine EP oder eine Single. Also Album sagt man noch. Album sagt man noch, genau. Also das sage ich jetzt als 26-Jähriger, aber keine Ahnung. Ich frage mal meinen Sidekick, sagt man noch Album? Ja, natürlich. Er sagt ja natürlich. Okay. Und ich habe dir ja jetzt gerade so eine Vorlage gegeben. Ich dachte, das Stichwort war EP. Ja. Jetzt könntest du die... Aber du kannst die nicht, ne? Also wenn du jetzt in meiner Fernsehsendung wärst, würde ich jetzt meine Tasse Kaffee nehmen und würde mir einen einschenken und würde dann... Das ist aber kein Kaffee gerade, ne? Ne, das ist alkoholfreies Weizen. Mal gucken, ob ich das in einem Zug hinkriege. Wir sind gespannt. Ich glaube, ich schaffe das. Jetzt muss ich langsamer werden. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es geschafft. Aber ich muss ja nebenbei auch auf die Kamera achten. Das muss man mir ja eingestehen. Hast du denn die CD, die du reinhalten kannst? Ne, tatsächlich nicht. Tatsächlich war ich gar nicht auf dem Videointerview vorbereitet, muss ich sagen. Deswegen habe ich auch meine alte CD jetzt nicht dabei, die ich in die Kamera halten könnte. Aber meinen aktuellen Release, also die EP von vor zwei Monaten, könnte ich jetzt nicht in die Kamera halten, weil ich sie aufgrund von Corona tatsächlich nur digital veröffentlicht habe, weil ja so wenig Konzerte gerade stattfinden, dass ich... Also mein Hauptgeschäft ist das Live-Geschäft und da verkaufe ich auch meine Shirts oder meine CDs hauptsächlich. Wo kann man die denn kaufen? Die kann man über meinen Online-Shop kaufen, der über Big Cartel läuft. Da kommt man über meine Website drauf, da kann man die Sachen kaufen. Deine Website lautet wie? www.mo-music.de Mo schreibt sich M-O-E und Music natürlich mit C. Ja, und das ist wie gesagt nur digital veröffentlicht, das kann man Spotify hören und bei einem guten Barburger hier dann... Du kennst das? Ich kenne das, ich bin selber auch ohne Alkohol unterwegs, aber wenn das Ding alkoholfrei ist, dann spricht mir aus der Nähe. Na, das schmeckt doch sehr gut, also doch logisch. Wie gesagt, deswegen kann man das nur... Du kommst aus Bielefeld, ich lasse jetzt den Karlauer weg, aber... Du sagst, du kennst das Warburg, kennst du ja noch Warburg in der Gegend, bist du hier in der Gegend live unterwegs? Ich glaube, ich bin sogar, ist Salzkotten in der Nähe von Warburg, ja, ne? Ein bisschen, ja, je nachdem, wie man so rumkommt in der Welt. Ja, also im Januar spiele ich in Salzkotten, bei so einem Folk-In heißt das, da bin ich im Januar, wenn das denn stattfindet, aber bisher sieht das gut aus. Und ansonsten habe ich halt in Paderborn studiert oder studiere auch immer noch, deswegen ist das so ein... Wo spielst du da? Spielst du da manchmal so, ganz spontan? Ja, manchmal schon, aber also jetzt wenig spontan, wenn du das hast, natürlich auch länger geplant, aber da habe ich schon... Meine allerersten Schritte habe ich in Paderborn gemacht, damals so in der Kulturwerkstatt oder irgendwie in Sputnik oder so, da hat man dann irgendwie so die ersten Gehversuche gewagt, um irgendwie mal überhaupt auf die Bühnen zu kommen, so. Deswegen Paderborn ist für mich auch so immer so die Stadt, in der ich irgendwie musikalisch dann als Mo groß gewonnen bin, da habe ich so meine ersten Schritte gemacht. Ja, mal so für Musiker, die mithören. Ich habe das ja schon rausgehört, du bist also mit deinem Projekt auch bundesweit unterwegs. Ich höre ja ganz oft von Musikern, ja, eigene Musik, das will ja kein Mensch hören und ja, deswegen spielen wir alles nach und so. Ich habe nichts gegen Covermusiker, wenn die das gut machen, macht das Spaß, kann man sich das auch gerne anhören. Aber was mir immer so ein bisschen leidtut, ist, wenn ich auf Leute treffe, die wirklich Talent haben, eigene Sachen zu schreiben und sich das nicht trauen. Wie hast du denn das hingekriegt, dass du A, warum hast du dir das einfach, dich das einfach getraut und B, wie hat das funktioniert? Hast du da das Telefonbuch genommen? Ich rufe jetzt einfach mal die Clubs an. Ja, weiß nicht, ich versuche mal kurz, vielleicht wenn du jetzt hier, sagen wir mal, einen Praktikanten sitzen hättest, der sagt, oh, das will ich auch. Wie macht er das am besten oder wie hast du es gemacht? Also so den allerersten Anstoß, um das überhaupt auf die Bühne zu bringen, da hat mich tatsächlich eine Freundin so ein bisschen hingedrückt. Die hat ja gesagt, du hast dir coole Songs geschrieben, präsentier die doch mal irgendwem. Und ich habe immer so gedacht, boah, das kann ich nicht machen, das traue ich mich nicht. Und dann habe ich tatsächlich meinen allerersten Auftritt als Mo dann damals in Paderborn im Sputnik bei so einem Songslam gemacht. Und ich habe ihr gesagt, wenn ich den gewinne, dann mache ich meine Facebook-Water online und dann fange ich an, das zu machen. Und ich habe den tatsächlich dann gewonnen. Und da hatte ich so die Anfangsenergie, um auch so das Selbstbewusstsein irgendwie so langsam zu entwickeln, das zu machen. Und dann habe ich tatsächlich, so ähnlich wie du es gesagt hast, nur halt 2020-mäßig, nicht im Telefonbuch, sondern im Internet, einfach ganz viel. So meine ganzen Konzerte, die habe ich bisher immer alle selber organisiert, immer gegoogelt und nach Clubs und Kneipen gesucht. Und einfach sehr, sehr, sehr viele Mails geschrieben. Also was man den Leuten dann oft mit auf den Weg geben muss, die sowas machen wollen, ihr braucht Ausdauer. Einfach auch damit klarkommen, dass Leute das auch nicht haben wollen, beziehungsweise auch Erbsagen bekommen. Denn von 100 Booking-Mails bekommt man vielleicht maximal überhaupt 10 Antworten und dann ist davon vielleicht eine positiv. Und das dicke Fail muss man dann haben und dann einfach dranbleiben, ausdauernd sein und einfach den Leuten zwar nicht auf den Keks gehen, aber einfach sehr viele, sehr viel anfragen, Klinken putzen, genau. Rufst du hinterher oder schickst du nur eine Mail? Ja, da ich nicht so der große Telefonierer bin und sehr schlecht darin bin, zu telefonieren, schreibe ich einfach am liebsten Mails und gucke, was dann kommt. Und wenn dann ein Telefonat zustande kommt, dann mache ich das auch. Die, die dich dann gebucht haben, das würde mich mal interessieren. Was haben die denn gesagt, warum die das jetzt so machen? Weil ich kenne ja auch wiederum Clubbesitzer, die natürlich auch sagen, ach so ein neues Newcomer und so weiter. Naja gut, der kann ja vielleicht am Mittwoch mal für ein Bier spielen, mal schauen, ob sich einer für interessiert. Hast du auch Gagen bekommen von Anfang an? Mal so, mal so. Also ich weiß noch, mein allererster Moment, wo ich das erste Mal von der Musik halt relativ viel Geld bekomme, also für die Verhältnisse relativ viel Geld. Das war dann so ein Kneipen-Konzert, wo dann der Hut rumging und dann waren dann, keine Ahnung, 150 Euro im Hut und das war so, okay, krass. Man kann damit Geld machen und so. Und deswegen, also viel läuft auch nach wie vor auf diesen Hut-Geschichten, dass man irgendwie darauf vertraut, okay, das Publikum bezahlt da schon irgendwie was für, wenn die schon umsonst zum Konzert kommen. Und ja, sonst ist das Finanzielle jetzt vielleicht auch nichts, was ich jetzt so gerne bereit treten würde, ehrlich gesagt. Nein, nein, schon okay. Aber was haben die Leute dir gesagt, die dich buchen wollten, warum sie dich haben wollen? Die schreiben da nicht, haben die nur geschrieben, ja, kannst kommen? Oder haben die auch gesagt, was ihnen da rein gefällt an deiner Musik? Mal so, mal so. Also entweder sagen sie, ja, das passt in unser Konzept, das passt in unsere Kneipe, das passt auf unsere Bühne oder eben auch, das passt halt hier nicht hin. Manche schreiben dann auch, ey, danke für die Mail, aber ganz ehrlich, passt halt nicht bei uns hin. Das ist dann ja auch netter, als gar nichts zu, gar keine Antwort zu bekommen. Ja. Aber das kann man so fauschal jetzt gar nicht so sagen. Hast du denn auch schon, hast du schon sowas wie eine Fanbase? Leute, die dich anschreiben und fragen, wann kommst du wieder oder die vielleicht sogar hinterherreisen oder einfach so Kontakt herstellen, kriegst du da schon was mit? In diesem kleinsten Rahmen, in dem man das sagen kann, so ein bisschen schon. Also man hat schon, natürlich gerade in diesem lokalen Teil hier in Bielefeld, schon Leute, die oft kommen, die ich auch vorher nicht kannte, die ich dann irgendwie durch die Musik auch kennengelernt habe, die dann oft im Publikum sitzen, wo ich mich immer sehr, sehr freue. Die nenne ich immer so irgendwie so die Edelfans, weil die dann irgendwie oft da sind. Und das war, das ist dann nicht immer nur Mama, die da sind, sondern wirklich auch Leute von außerhalb, die mich vorher nicht kannte, die da sind so. Und tatsächlich auch manchmal so überregional. Also ich spiele immer super gerne in einem bestimmten Laden in Schwerin. Und da sind halt auch, da mache ich jetzt schon seit vier Jahren, spiele ich da jedes Jahr. Und da kommen auch immer dann die ähnlichen Leute, die dann auch die Leute im Laden schon immer fragen, ey, wann kommt der wieder? So, oder wann, da bin ich auch mit Joschka immer zusammen. Und wann, wann kommen die wieder? An so ein paar Orten gibt es das schon, dass man da Leute hat, die auch sich freuen, wenn man wiederkommt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man so eine deutschlandweite Fanbase hat, aber zumindest hat man so ein paar Leute, die sich dafür auf jeden Fall auch überregional interessieren. Wie ist das für dich, als du das bemerkt hast? Weißt du noch, weil du hast ja gesagt, eigentlich hast du gedacht, es wird gar nicht so erfolgreich. Dann hast du das Ding da gleich gerockt und gewonnen. Dann hattest du die Eier und hast gesagt, jetzt mache ich auch mal sowas wie eine Tour. Und dann ist das ja quasi so die nächste Stufe, wenn man dann auf einmal sieht, ey, da kommen ja Leute wirklich wegen mir. Die sitzen jetzt nicht zufällig nur da rum. Kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du das erste Mal Leute wiedererkannt hast und das wahrgenommen hast, dass die wirklich gezielt wegen dir da waren? Ja, also ich muss gestehen, das ist es bei den ersten Malen, wenn man dann so, also ich spiele ja, keine Ahnung, so 70 bis 100 Mal im Jahr, wenn nicht gerade Corona ist. Und da ist es dann manchmal so, dass man dann erst auf den zweiten Blick merkt, wenn dann jemand auf einen zukommt und sagt, das war letztes Jahr schon so toll. Und dann ist es dann so, ach stimmt, ja, die Person war ja letztes Mal schon da. Und dann irgendwann fällt sich das auch ein, dass man das dann so wiedererkennt. Aber das ist natürlich ein superschönes Gefühl. Also ich glaube, das würde niemand anders behaupten, als dass das ein klartes Gefühl ist, wenn Leute deinetwegen auch wiederkommen. Und genau, das ist einfach super cool und das Schönste, was man sich so vorstellen kann. Die schönste Rückmeldung, die man so haben kann. Ja, du hast es mit Corona angesprochen. Jetzt ist es ja inzwischen so, dass wieder ein paar Konzerte und so Sachen funktionieren und für Solokünstler wahrscheinlich auch schon einfacher. Hast du da jetzt auch schon ein paar Konzerte in nächster Zeit, die schon feststehen? Du hast es jetzt erwähnt, nächstes Jahr im Satz Gotten. Aber das wird ja nicht alles sein. Oder wie sieht das im Moment bei dir aktuell aus mit dem Konzertplan? Mit dem Konzertplan? Im Moment ist es ganz gut. Also es fing bei mir schon tatsächlich jetzt im Juni wieder an. Ich glaube, Ende Juni habe ich das erste Konzert wieder gespielt. Auch in einem Laden, in dem ich die letzten Jahre immer schon gespielt habe. Und die dann auch gesagt haben, wir möchten unbedingt mit dir irgendwie nochmal ein Konzert machen. Das haben wir dann irgendwie auch gemacht. Und so ein paar Sachen gibt es jetzt auch und auch noch bis jetzt in September rein. Zum Beispiel? Zum Beispiel am 4. September in Moers, im Wollwerk, mit einer Band zusammen, die heißt Chameleon. Das ist einfach so ein Doppelkonzert. Oder auch in Lengerich im Soundgarten. Dann auch noch im Brauhaus in Herford. Was ist denn daran so lustig? Ich weiß nicht, es klingt immer so, wenn man jetzt keinen Alkohol trinkt, eine Brauhaus zu spielen, klingt lustig, finde ich. Also deswegen, es klingt so urtümlich, so ursprünglich. Aber so ein paar Konzerte gibt es und es ist schön und es ist toll, das wieder machen zu können. Letztlich hat jede Musik, vor allen Dingen jede auch neue Musikszene oder irgendwie hat ja im Prinzip in Kneipen begonnen und gar nicht in großen Konzertsälen. Und wir alle kennen, oder nein, nicht alle, die Jüngeren weiß ich gar nicht. Früher war das Klischee ja immer, da sitzt einer am Klavier, auf dem Klavier steht ein Bier und daneben eine Frikadelle oder so. Und eigentlich ist das ein talentierter Musiker, aber er muss dann irgendwelche Lieder spielen. Und in den ganzen Biografien von großen Künstlern von früher ist das ja immer so, dass die so angefangen haben und dann irgendwann gesagt haben, ich spiele jetzt nicht mehr nach, ich spiele jetzt meine eigenen Sachen. Und im Film ist es dann natürlich immer so, dass dann irgendeiner das doof findet und dann ein anderer hingeht und zu dem sagt, halt mal die Klappe, der Junge ist cool, das hören wir uns jetzt mal an. Ja, stimmt. Das ist ja bei dir, Jan, wie du gesagt hast, ein bisschen anders gewesen, weil du gleich dein eigenes Ding gemacht hast, aber letztlich war das ja auch ein kleiner Laden. Und warum soll das nicht das Brauhaus sein, denn offensichtlich haben sie ja Geschmack, wenn sie dich buchen. Oh, das war nett. Nein, das sollte auch gar nicht so doof klingen. Das war einfach nur so dahingesagt. Also meine Kollegen haben sich das angehört, ich habe die extra gefragt, die haben gesagt, es ist echt nicht schlecht. Kann man sich anhören und lohnt sich? Nicht schlecht, aber es ist ein richtig schönes ostwestfänisches Kompliment. Ich komme aus Hessen, da heißt das, das ist wirklich gut. Dann ist es auch in hessischen. Naja, man muss es ja nicht gleich übertreiben mit den entsprechenden Angeboten. Jetzt haben wir schon 20 Minuten überschritten. Schau mal einer an. Wir hatten ja im Vorgespräch was besprochen, was ich eigentlich dann doch noch später fragen wollte. Jetzt habe ich es glatt vergessen. Was war das denn? Weißt du das noch? Das war ein ganz interessantes Thema. Du hast auf jeden Fall immer gesagt, ich habe jetzt so viele Fragen, die darf ich jetzt aber noch nicht stellen. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du anspielst. Verdammt. Was war denn das? Du trinkst keinen Alkohol? Ja. Warum eigentlich? Nicht? Also nee, das klingt jetzt wie ein Vorwurf. So ist es nicht gemeint. Weil ich es nicht will. Okay. Also ich habe mal getrunken, aber brauche ich nicht, will ich nicht. Ich habe gute Freunde, die keinen Alkohol trinken. Die sind trotzdem cool. Es hat mich nur mal so interessiert. Es könnte ja sein, dass du jetzt noch irgendwie, das wäre es nämlich jetzt indirekt so. Ich habe ja deine Texte jetzt nicht durchgelesen. Du hast gesagt, melancholische Sachen. Hast du auch Texte, die jetzt, sagen wir mal, außer was die Verarbeitung von irgendwelchen blöden Situationen, transportierst du auch irgendwelche politischen Sachen? Oder hast du irgendwelche Messages, die dir wichtig sind? Also in den Texten jetzt nicht unbedingt tatsächlich politisch. Also ich bin ein relativ politischer Mensch, würde ich sagen und glaube, dass ich dadurch, dass ich ja schon auch viele so emotionale und eher so klassische Liebeslieder teilweise singe, dass du dieses gute Gefühl und diese Empathie und diese Liebe quasi den Leuten mitgeben kann, weil es da draußen sehr viele Arschlöcher gibt, die halt einfach anscheinend zu wenig Liebe mitbekommen haben. Und deswegen sage ich immer so, dass das so das Politischste ist, was ich quasi machen kann als emotionaler Liedermacher, der irgendwie einfach den Leuten ein gutes Gefühl gibt, damit sie halt mit dem Lächeln durch die Welt gehen. Und den Leuten, die einfach scheiße sind und die einfach Leute ausgrenzen, die irgendwie, keine Ahnung, ja, rechte Spinner sind, denen einfach irgendwie, ja, so. Ach, ich finde, das hast du schon ganz gut zusammengefasst. Das klingt ja immer so ein bisschen oder kann ja immer mal ein bisschen banal und einfach klingen, aber ich finde, also ich kann mich dem voll anschließen, ein bisschen mehr, ein bisschen, ja, da kommt nämlich genau der Punkt. Jetzt wollte ich was sagen auf Deutsch und jetzt verstehe ich auch, was du sagst. Es klingt natürlich schon, geht einem leichter von der Zunge hier, was weiß ich, es gibt ja so einen Soul-Klassiker, der heißt Love is the Message, the Message is Love. Das kann man im Englischen schneller sagen, im Deutschen denkt man, ach, das klingt jetzt ein bisschen kitschig oder so. Genau, das klingt ja kitschig. Ja, aber es steckt ja schon, steckt ja schon viel, sehr viel Wahres mit da drin. Du machst ja mit bei dem Projekt CarStream oder hast, bist du aufgetreten von Olaf Menne und seinen Jungs und Mädels. Wie war das für dich? Oder andersrum, hast du auch schon andere Stream-Sachen vorher gemacht? Ja, also nicht so viel tatsächlich. Also ich war immer selber nicht so der Mega-Fan von Streams, gerade so, also am Anfang von Corona liefen die ja meist auch von zu Hause ab und das war immer so ein bisschen, das fühlte sich nicht anders an, als sowieso vorm Rechner zu sitzen und irgendwie Gitarre zu spielen, so wie sonst. Deswegen war das nicht so eine besondere, herausgestellte Situation. Aber so die Streams, wo man irgendwo tatsächlich hingefahren ist, da hat irgendwer was vorbereitet und man hat dann das Setting und spielt schon auch irgendwie ein Live-Konzert, fühlt sich das dann auch, natürlich ist es dann schön, wenn so zumindest drei, vier Leute im Raum sind, die man so ein bisschen adressieren kann, dass man da so ein bisschen Publikumsgefühl hat. Genau, war so ein bisschen, also ich habe, glaube ich, zwei richtig aufgezeichnete Streams gemacht, sonst mehr auch nicht. Und das war auch der Grund, warum du das mit, ich will immer K-Stream sagen, aber Olaf hat gesagt, nein, das heißt K-Stream. K steht für Kultur. Denklich halt. Warum du das gemacht hast, wie hat dir das gefallen bei dem? Schön, war eine nette Atmosphäre, das war ja oben bei Musik aktiv in diesem, ich glaube, die anderen Streams waren auch immer so in diesem Gitarren-Ausstellraum teilweise und das war oben in so einem, gefühlt war es wie so ein Lagerraum, aber es war vielleicht auch so ein Ausstellungsraum, ich bin mir nicht ganz sicher. Es war auf jeden Fall sehr viel Nebel da. Nebel war cool, war irgendwie eine nette Atmosphäre, nette Leute und solange die Leute nett sind, ist auch erstmal alles andere eigentlich egal. Hast du denn da auch irgendwelche Resonanzen zurückbekommen? Das ist ja immer so, was da aktuell läuft, kriegt ja meistens der Musiker dann gar nicht so mit. Ja, ich habe die Resonanzen immer direkt mitbekommen, weil einer der Mitarbeitenden da mit so einem kleinen Zettel immer hingelaufen ist und dann geschrieben hat, hier der und der schreibt gerade das und das, die und die wünscht sich den Song, den ich dann im Moment gar nicht spielen konnte. Aber es gab so ein bisschen Live-Rückmeldung von Leuten aus dem Chat und das wurde mir dann per Zettel zugetragen. Und das war gut für dich so? Im Grunde schon, also ich habe dann jetzt immer in den Pausen dann darauf reagiert, jetzt nicht während der Songs so, aber fand ich witzig, dass man da so ein bisschen Live-Interaktion hatte, das war schon cool. Ist ja dann noch nichts anderes, als wenn du ein Publikum hast, die dir dann auch direkt widerspiegeln. Ja. Ich bin gut mit den Leuten klarkommen, die zwischen den Songs irgendwie reinrufen und irgendwas, da bin ich immer sehr irritiert, aber sonst... Was rufen die da so rein? Ach, jetzt gar nichts, mir fällt das ganz Spezielles ein, aber manchmal hat man dann so... Ich will ein Kind von dir, das soll der Klassiker. Nee, das tatsächlich noch nicht, aber da macht man eine flapsige Ansage und dann kommt irgendwie da was zurück, aber so, das bringt einen manchmal so ein bisschen raus. Was war denn bis jetzt so das Verrückteste oder der Abgef... Ja, gibt es irgend so einen, man erzählt ja immer gerne so Anekdoten aus irgendeinem Laden, da ist das und das passiert. Gibt es da irgendwas Cooles von deiner Seite aus, was wirklich sehr schräg war? Ich wurde mal in Lage, da haben wir in einem Kreativloft gespielt, heißt das, und es war gleichzeitig unten drunter, war ein Laden, der hat Mopsbedarf verkauft, also für Hunde. Und während des Konzerts haben wir mit der ganzen Band gespielt und haben uns drei Möpse angegriffen auf der Bühne. Das war tatsächlich ein bisschen skurril. Und ist da was passiert? Nee, die Besitzerin ist dann auch schnell da hingelaufen. Ansonsten... Da kann ich gar nicht drüber. Das war so, zumindest in der Konzertsituation so das Skurrilste, dass da wirklich ein Hund auf die Bühne liegt. Das war schon irgendwie glücklich, aber sonst... Hast du ein Ritual, bevor du los anfängst zu spielen? Für dich selbst oder so? Ich meine, bei Bands gibt es ja oft sowas, aber ich kenne auch Einzelkünstler, die irgendwie was Spezielles so... Oh, was ist das hier? Wir müssen uns beeilen, mein Akku ist gleich leer. Okay, nee, also ein richtiges Ritual habe ich nicht. Also ich habe immer... Ja, ein Ritual, das ist so, ich singe mich nicht richtig ein, ich fahre mit meiner Zunge so über die Zähne. Das ist so dieses... Okay. Und das mache ich immer so fünf, sechs Minuten vorm Auftritt immer, bis es dann... Das macht man so lange, bis es irgendwann wehtut. Das habe ich mal von einer Sängerin aus einer alten Band gelernt. Also bis es wehtut, bis es Widerstand gibt und dann ist man ohne Singen ein bisschen eingesungen. Aber sonst ein richtiges Ritual habe ich sonst nicht. Das kann ich noch nicht, guck mal einer an. Ja, okay. Haben wir wieder was gelernt. Da können alle Amateurmusiker jetzt mal aufpassen. Ich kann auch noch einen Tipp geben. Das hat mir mal ein Model gesagt, wo ich gesagt habe, ich kriege dir das immer so hin mit den schönen Grinsen. Die sagt, du musst du in der Zunge dann hinten gegen die Schiene drücken und nicht versuchen zu grinden. Und dann hast du ein schöneres Grinsen. Klappt bei mir nicht so gut wie bei dir, weil du natürlich einen größeren Mund hast. Gibt es noch, was du loswerden möchtest, bevor wir auflegen? Möchtest du noch jemanden grüßen? Grüßen glaube ich nicht, aber keine Ahnung, die Leute, die zugucken. Seid lieb zueinander, passt aufeinander auf, jetzt gerade noch mehr als sonst. Wie geht das? Warte mal, ich kann das nicht so gut. So oder so, irgendwie so. So, genau. Helf den Leuten, die Hilfe brauchen. Gibt immer noch genug davon. Ja, ich danke allen, die bis hierhin durchgehalten haben. Ich danke dir, lieber Mo. Gerne, gerne. Wobei ich Moritz auch einen tollen Namen finde. Aber das werde ich mir jetzt in Zukunft merken und das nicht mehr falsch aussprechen. Und wir werden jetzt noch ein paar andere demnächst hoffentlich interviewen, die in diesem Livestream-System-Konzept aufgetreten sind. Und bis dahin bleibt gesund, seid nett zueinander, egal wo ihr gerade seid. Gut, tschüss. So, du hast jetzt hoffentlich nicht aufgelegt. Nee. Normal ist jetzt hier ein Schnitt, aber wir lassen das jetzt natürlich weiterlaufen. Meine Frage ist halt, dürfen wir das auf allen unseren Plattformen, Social-Media-Kanälen, alle, wo es es gibt auf der Welt, kostenlos, dauerhaft, auch in veränderter, vielleicht sogar gekürzter Version, veröffentlichen, solange wir natürlich nichts verfälschen. Ja, alles gut. Ich gebe ein doppeltes auditives und visuelles, ja. Ja, wunderbar. Ja, das lege ich jetzt hier mal auf. Gott sei Dank.